Möchtest du eine wasserdichte Recherche für eine Reportage machen? Mit den richtigen Informationen die Grundlage für den Erfolg deiner Reportage legen? In diesem Video erfährst du, wie du für deine YouTube-Unternehmensreportage recherchieren kannst und wie du vorgehen musst, um herauszufinden, was deine Seherinnen und Seher interessiert. Am Ende wartet ein besonderes Angebot, was du dir nicht entgehen lassen solltest. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und YouTube-Gestaltung für deinen Unternehmenskanal. Heute zeige ich dir, wie du für deine Reportage recherchieren kannst und damit die richtigen Infos für eine packende und abwechslungsreiche Reportage auf YouTube findest. Die Grundlage für eine packende YouTube-Story ist immer eine gute Recherche für eine Reportage. Du musst herausfinden, was dein Publikum interessiert und welche Informationen für deine Seherinnen und Seher von Nutzen sind. Und natürlich müssen alle Infos und Fakten, die in deinem Film vorkommen, stimmen. Die Zusammenhänge müssen so einfach erklärt sein, dass man sie versteht. Dafür musst du dich gut auskennen und immer mehr wissen als dein Publikum. Apropos Publikum. Wen willst du eigentlich erreichen? Hast du Ziele definiert, also zum Beispiel mehr Verkauf oder mehr Awareness? Hast du eine Zielgruppe definiert, womöglich eine Persona entwickelt? Und weißt du, in welchem Kontext und auf welchem Gerät deine Seherinnen und Seher deine Videos konsumieren? Für die Recherche der Ziele werde ich ein eigenes Video posten. Kommen wir zurück zur Recherche für deine Unternehmensreportage. Beginnen wir mit dem Motiv und reden wir als erstes darüber, wie du das Thema deiner Reportage recherchieren kannst. Was möchte denn dein Publikum? Wir haben vier Motive, Videos anzuschauen, identifiziert. Man möchte lernen, man möchte sich unterhalten, man möchte sich informieren oder man möchte sich inspirieren lassen. Zumindest eines dieser Motive sollte deine Reportage bedienen. Dann machst du sogenannten Pull-Content. Dein Unternehmen oder deine Organisation hat bestimmte Themen und Botschaften, die du verbreiten sollst. Nennen wir das den Push-Content. Diese Inhalte möchtest du deinem Publikum vermitteln. Deine Seherinnen und Seher wiederum haben bestimmte Bedürfnisse und Interessen, genauso wie sie die Motive lernen, unterhalten, informieren und inspirieren haben. Deine Aufgabe ist es zunächst, die Schnittmenge zu finden. Welche Themen und Botschaften hast du, die dein Publikum sehen will? Das ist dein Pull-Content. Mit diesen Inhalten ziehst du die Menschen in deinen Film. Wie findest du diese interessanten Inhalte? Schau dich zunächst in deinem Unternehmen oder in deiner Organisation um. Wer die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden gut kennt, ist meistens die Sales-Abteilung und oft hat sie auch ein CRM-System, in dem sie Informationen sammelt. Viele Ideen könnten auch die Menschen von der Service- oder Support-Abteilung haben. Sprich mal mit den Kolleginnen und Kollegen und lass dir ihre Eindrücke schildern. Gibt es ein Call-Center oder zumindest einen Empfang? Warum rufen die Menschen bei euch an? Was wollen sie wissen? Jetzt schauen wir mal auf die Website. Was wird denn dort gesucht? Was sind die am meisten aufgerufenen Seiten? Ein Analyse-Tool kann dir viele Informationen liefern, zum Beispiel auch, woher die Menschen kommen, die auf deiner Website sind. Hast du schon Videos auf deiner Website und in deinen Kanälen? Welche sind am erfolgreichsten? Und nicht zuletzt solltest du dich mit deinem potenziellen Publikum beschäftigen. Was trendet dort gerade? Was sind die wichtigsten Themen bei diesen Menschen? Gibt es womöglich Studien oder Marktforschungen? Was rankt bei deinem Publikum hoch? Was wird konsumiert? Welche Inhalte schauen sie sich auf Video an? Und einen Tipp sage ich dir noch ins Ohr. Schau mal, was die Konkurrenz macht. So, jetzt solltest du eigentlich genug Tipps für die Reportage-Recherche deines Reportage-Themas haben. Wie recherchierst du die Inhalte, die du erzählen möchtest, im Detail? Zunächst mal heißt recherchieren, zu einem bestimmten Thema die richtigen Fragen zur richtigen Zeit den richtigen Gesprächspartnerinnen und Partnern zu stellen. Mach dir mal Notizen. Was willst du wissen? Und wer weiß das? Natürlich kannst du viele Quellen herausfinden, ob jetzt im Netz oder in Archiven, in Büchern oder in dunklen Kellern. Aber du bist ja nicht investigativ unterwegs und willst keine Skandale aufdecken. Recherchiere dein Thema nicht tot. Zu viele Informationen sind verwirrend, auch für dich. Konzentriere dich auf deine Kernaussage. Mach einen Recherchplan. Als Grundlage kannst du die W-Fragen verwenden. Wer, was, wann, wo und dann noch wie und warum. Wen möchtest du um Informationen bitten? Die wichtigsten Expertinnen und Experten findest du wahrscheinlich im Unternehmen oder bei deinen Kundinnen und Kunden. Und jetzt kommt noch ein Teil der Reportage-Recherche, den du auf keinen Fall vergessen darfst. Die Interviews und die Bilder. Für eine YouTube-Unternehmensreportage musst du nicht nur Fakten sammeln und in einen Ablauf gießen. Du musst auch wissen, wo du drehst. Also Locations definieren. Du musst wissen, welche Bilder wichtig sind, um deine Inhalte abbilden zu können. Denn die Bilder sind das Wichtigste in deiner Reportage. Und du musst wissen, welche Menschen du interviewst und welche Fragen du ihnen stellst. Du brauchst also auch einen optischen Ablauf und gute Interviews. Zu diesen Themen gibt es schon Videos im YouTube-Kanal meiner Agentur News on Video. Und damit bin ich bei meinem Versprechen. Eine Recherche für eine Reportage machen kann ziemlich herausfordernd sein. Aber du musst das nicht alleine machen. Wir von News on Video unterstützen dich dabei, eine spannende Reportage zu produzieren. Von der Planung über die Dreharbeiten bis hin zur Postproduktion und Verbreitung. Gemeinsam mit dir erstellen wir ein Konzept, das deine Zuschauerinnen und Zuschauer fesselt und dein Thema professionell in Szene setzt. Und du kannst bei uns auch die Recherche für eine Reportage machen lassen. Dieses Angebot möchte ich dir machen. Melde dich mit einem Kommentar oder schick uns eine Nachricht und wir können loslegen. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Video wertvolle Tipps mitgenommen, wie du eine erfolgreiche YouTube-Reportage Recherche machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Videoproduktion zu verpassen. Schau dir gleich unser nächstes Video an, wie du Interviews für eine YouTube-Unternehmensreportage führst. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg! Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg!